Ich stelle Ihnen hier kurz die Online-Module zum Zweiten Vatikanischen Konzil und seinen zentralen Dokumenten vor. Das Wichtigste an einem Konzil sind seine Texte. Lohnt es sich heute noch mit diesen fast 60 Jahre alten Texten zu beschäftigen? Ich denke, dass es notwendig ist, die Dynamik des Konzils und seine Beschlüsse zu kennen. Unsere These ist, dass die Zukunft der katholischen Kirche sich an der Auslegung und Umsetzung dieses Konzils entscheidet. Der online durchgeführte Kurs besteht aus insgesamt fünf Modulen, die Sie hier aufgelistet sehen. Jedes der fünf Module umfasst drei Lektionen, die man zeitlich unabhängig bearbeiten kann. Die Lektionen bestehen aus Lehrvideos, aufgenommenen Vorträgen und Textarbeit. Am Ende jeder Lektion findet man Konzilstexte in einer didaktischen Bearbeitung, also mit Erklärung der schwierigen Stellen und Hinweisen auf die wichtigsten Aussagen. Nach Abschluss jeder Lektion, das bedeutet einmal im Monat, findet ein Online-Treffen statt, in dem die offenen Fragen mit einem Experten oder einer Expertin besprochen werden können. Alle Materialien stehen auf der Lernplattform der Theologischen Kurse bereit, zu der Sie einen personalisierten Zugang erhalten. Im Kurs inkludiert ist ein PDF-Buch mit Konzilstexten und Erklärungen. Ein Modul besteht aus drei Lektionen und einer Textarbeit, die insgesamt ca. 180 Minuten in Anspruch nehmen. Für das Online-Treffen sind 90 Minuten angesetzt. Der Kurs startet mit der Freischaltung des ersten Moduls am 8. November 2022. Die weiteren Termine sehen Sie auf dieser Folie und wir bitten Sie, sich bis zum 5. November 2022 für diesen Online-Kurs anzumelden. Danke für Ihr Interesse.